Ich bin Lisa Kwerner und ich habe die Ausstellung mit kuratiert. In der Ausstellung gibt es einen Wunschbaum. Wir haben uns am Anfang der Ausstellung mit Geschichte beschäftigt, mit Fragen der Demokratie und sind dann in die Gegenwart gegangen. An der Stelle bist wieder du gefragt. Was ist dein Wunsch für die Demokratie? Was ist dein Wunsch für die Zukunft der Demokratie? Aber noch nicht genug. Es gibt Challenges, demokratische Challenges. Du kannst auf eine Postkarte welche schreiben, sie mitnehmen und deiner Nachbarin zum Beispiel in den Briefkasten werfen. Denn Demokratie ist Alltag, Demokratie soll gelebt werden und sie ist eine Challenge.